Ich bin froh, dass wir nicht weiterentwickeln werden, wenn wir nicht prüfen, dass wir sehr sehr ernst sind, um die europäische Konsumenten, Arbeitnehmer und Unternehmen zu protektieren. Ich hoffe, dass Belgien prüfen wird, dass es ein Konsensus-Bilding-Champion ist und dass wir dieses Agreement schnell können. Wichtig ist, dass eine Einigung in Belgien kommt, damit das Königreich seine Bereitschaft bekunden kann, den Vertrag zu unterzeichnen. Wann dies passiert, ist weniger wichtig, als dass es passiert. Wir sind für freien Handel, aber diesen freien Handel kann man nicht um jeden Preis herbeizwingen wollen. Wir haben Millionen Menschen ohne Arbeit, vor allem junge Menschen auf diesem Kontinent ohne Arbeit. Wenn wir Jobs kreieren wollen, dann brauchen wir Wachstum. Und Wachstum werden wir nicht angesichts der demografischen Entwicklung im Inneren bekommen, sondern nur mit mehr Handel. Und deswegen muss man sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist Versagen. Was lernen wir daraus? Für die Zukunft muss klar sein, Europa-Themen müssen im Europäischen Parlament verantwortet werden und sonst nirgends. Versteller kann man sich vorregen. Non mi convince, si accusano i Valloni di fermare il CETA e non si dice nulla ad Orban che insiste nel no ai ricollocamenti. La posizione dei Valloni è una posizione di richiesta di chiarimenti ed io mi unisco alle voci che chiedono che in queste ore si possa arrivare a quei chiarimenti che possano portare al trattato commerciale più progressista che noi abbiamo potuto Wenn die EU nicht überhaupt ein Verhältnis mit einem Land wie Kanada ein Land mit entsprechenden Umwelt- und Laborstandards, was wir haben, dass die EU öffnete für business? Wenn mehr Zeit braucht, dann mehr Zeit braucht. Es ist nicht die Date, sondern das Resultat, die wichtig ist. Aber wir können nicht die Arbeit gemacht, weil der Betrag ist essentiell für unsere Prosperität. Die Winner sind China, Russland und andere Länder, weil sie sich nicht die ZDF- und nicht die Europäische. Die Lachen sagten nicht, und mit den Fällen ihre Vertreterin die TTIP-Spräche die TTIP-Spräche. Was das letzte Mal ist, was das die Schrift und die Bundesrepublik wollen, in der Schrift und die TTIP-Spräche, die TTIP-Spräche, die TTIP-Spräche, in der Kürze, die TTIP-Spräche. Wir als GUE, нравится die schade, die die Verteidigung der Vertreterin- und der Kürzeichen der Vervolge, und dann haben wir die SIGGRAF und die SETA gemacht. Die SIGGRAF und die SIGGRAF und die offenenischen wholen 그들은 im besteheut gesehen, die wir ohne welchesliche Denktake catchkommen. Wenn wir einen solchen Speitz ist die Union des Staates und nicht die Institutionen.